Punkt 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Es wird CO2-Budgets geben, welche sich am Sozialkreditpunktesystem des chinesischen Modells orientieren, bei denen jeder Mensch individuell für seinen Konsum oder sein Verhalten bestraft oder belohnt werden kann. Weltweit wird eine digitale Identität eingeführt. Diese wird als Grundlage für die Vergabe von digitalen Wallets, also sogenannten digitalen Brieftaschen, benötigt. Zusätzlich werden im Verlauf der Agenda bereits nach der Geburt jedes Individuums implantierbare digitale Identitäten vergeben. Alle bisher ausgestellten Dokumente wie Führerschein, Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde, Grundbucheinträge, Patientenakten, Patente, die Steuernummer werden als digitaler Datensatz für die digitale Identität zusammengeführt. Das Geldmittel der Besitzer des Grundeinkommens wird hingegen an Bedingungen geknüpft sein und abhängig vom Systemgehorsam stets neu angepasst werden. Die digitalen Zahlungsmittel werden ein Ablaufdatum erhalten und programmierbar sein. Jeder Mensch wird über die CO2-Punkte steuerbar sein und die Vereinigten Nationen werden darüber bestimmen können, wofür das digitale Geld ausgegeben werden darf. Alle Fahrzeuge werden in Echtzeit überwacht. Bei Nichtbeachtung der für das Fahrzeug freigegebenen Zonen und Reichweiten werden die Fahrer in der ersten Phase vorgewarnt und bei zweiter Zuwiderhandlung mit der Stilllegung des Fahrzeugs bestraft. Alle Produkte und Dienstleistungen sowie die Art zu leben bekommen einen CO2-Fußabdruck. Dieser wird digital ausgewertet und mit Punkten belohnt oder abgestraft, was sich ebenso auf das Grundeinkommen auswirken wird. Die Enteignung von Grund und Boden, um beispielsweise Windkraftwerke, Solarfarmen oder andere regenerative Systeme aufzubauen, wird auf der Basis der Klimaziele problemlos ermöglicht. Menschen, die sich nicht leisten können, ihre Häuser nach den neuesten Klimastandards umzubauen, werden diese nicht vermieten, verkaufen oder bewohnen dürfen. Bei Verstößen werden die Opfer Gefahr laufen, dass das CBDC-Guthaben so weit absinkt, dass sie sich nicht einmal mehr Nahrung leisten können. Die Familie soll, soweit es nur geht, gespalten und voneinander getrennt werden, um den Einzelnen leichter kontrollieren zu können. Während die normalen Bürger enteignet und all ihrer Freiheiten beraubt werden, wird die Elite weiter uneingeschränkt herrschen und alle Annehmlichkeiten genießen können. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit, dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Der Plan der Eliten ist durchschaut.